let's go vom inside to outside ja auch aufgefallen aber wer ist denn doch draußen die meisten sind doch eh drin oder juck dir eh nicht wer es draußen für wolken sind ne also ich chill meistens draußen während die anderen dann im haus sind und du überlebst immer komisch die potato und er ist in der küche okay aber wenn keine anze ich gucke nur gerade nach bubbles ich schalte jetzt haben wir die lichter kaputt gemacht ich soll mich so verschocken jetzt können wir kein licht mehr anmachen vier ok emf ist es nicht die lichter kaputt also emf durchgestrichen die lichter kaputt umso besser dann kann ich mehr bubbles gucken gib mir mal aber andere sachen von dir gib mir mal so taschen ab oder so ja das hier aber ich kann halt nicht nach rechts gucken wegen licht deswegen muss halt nur hier in der küche aber ich sehe gar nichts kein bubbel ne absolut gar kein bubbel was sagen wir das jetzt ausschließen würden dann haben wir ja kein bubbel zu ok es macht zumindest Sinn das buch hat er jetzt noch nicht reingeschrieben doch das buch hat er noch nicht reingeschrieben auf einmal schreibt da rein also fingerabdruck kann sein gefriert box könnt sein und dort kann es gar nicht sein ganz ehrlich ich würde sogar sagen box also so umsichtlich also ob es jetzt auch nicht ich glaube es ist definitiv box geisterbox kannst du nicht sein fingerabdrücke und gefriert geisterbox kann es nicht sein wer weißt du das denn ja frage ich dich weil du sagst es kann geisterbox nicht sein aber ich denke mir das ist geisterbox ach so geisterbox junge ich höre von dir geisterbox das ist halt ins mikrofon was du hast musst du immer ein bisschen weiter weg machen anstatt nah dran ich gucke weiter nach orbs mal gucken ob überhaupt was ist oder es ist komplett ausgeschlossen es ist nicht ausgeschlossen aber gefriert haben wir hier definitiv nicht wir haben ja auch schon am anfang gefriert gehabt das glaube ich halt auch nicht also könnte es mal auf jeden fall gefriert aus mare oder poltergeist so es muss fingerabdruck sein weil sonst gibt es gar nichts also ich habe emf durch gestrichen ich habe geisterbuch angekreuzt gefriertemperatur durch gestrichen hallo hör mal zu ja buch ausgewählt hast und gefriertemperatur da bleibt nur noch der man aus wenn du box auswählst dann sind drei angekreuzt aber kein geist mehr da das heißt es muss auf jeden fall gefriertemperatur habe ich durch gestrichen ja dann ist es geisterbox fingerabdruck und geisterbuch also poltergeist ja habe ich auch gesagt gerade aber ok kommen wir noch jo bin da geisterbox äh geisterbox genau ne geil geisterbuch aber geil oder ich sag so ja wenn er äh geisterbox nicht sein der hat nicht reingeschrieben auf einmal schreibt er voll geil jetzt langt das war überhaupt nicht zur auswahl absolut nicht zur auswahl ich schau jetzt gleich nochmal nach so